Wusstest du, dass gemäss Statistiken, gemäss Kriminalstatistiken unter anderem, katholische Priester durchschnittlich weniger häufig tätig gegenüber Kindern werden als der Durchschnittsmann? Das hättest du nicht gedacht, glaubst du mir vielleicht nicht, einmal kannst du aber gerne selbst auch nachlesen. Es gibt eben auch Studien dazu, welche Verbrechen von welchen Personengruppen werden besonders häufig von den Medien dargestellt und öffentlich verbreitet. Und da sehen wir zum Beispiel, dass wenn ein katholischer Priester, ein religiöser Führer ein Verbrechen macht, dann wird das besonders breit getreten. Aber zum Beispiel die Carol-Shakeshaw-Studie zeigte, dass über 100 Mal so oft Lehrer an öffentlichen Schulen tätig gegenüber Kindern werden. Und davon hört man so gut wie gar nichts. Und je nachdem, welche Medien du so verfolgst, wenn du eher rechtslastige Medien verfolgst, dann wirst du immer hören, wie die bösen Ausländer Verbrechen machen, links und rechts. Und wenn du eher linkslastige Medien verfolgst, dann wirst du ganz andere Verbrechen zu Gehör bekommen. Oder wir sehen dann auch immer zum Beispiel, dass die bösen rechten Politiker machen das. Oder wenn du rechts bist, hörst du, die bösen linken Politiker machen das. Aber irgendwie ist da immer dieser extreme Bias dabei, oder? Und kaum jemand macht sich die Mühe, sich da ein differenziertes Bild zu machen und wirklich differenzierte Meinung entstehen zu lassen, basierend auf tatsächlichen Fakten. Noch viel weniger Menschen machen sich dann die Mühe, diese Differenzierung zwischen der statistischen Wahrscheinlichkeit und dem Individuum zu machen. Es gibt zum Beispiel auch statistische Anzeichen dafür, welche Personengruppen besonders häufig kriminell werden. Und das können wir alle akzeptieren als Wahrheit. Und dennoch können wir einem Individuum dann offen begegnen. Zum Beispiel sind Männer viel häufiger gewalttätig. Und dennoch werde ich seinem Mann nicht einfach begegnen in der Vorstellung, dass er wahrscheinlich gewalttätig ist. Aber mit dieser differenzierten Ansicht bin ich wohl einer der wenigen. Und ich hoffe, dass mehr Menschen den Mut, die Klugheit, die Intelligenz, die Benutzung des Gehirns aufbringen können, um eine differenziertere Meinung bilden zu können, über andere Menschen, Personengruppen, die Realität in diesem und in anderen Ländern. Und auch darüber, welche Menschen, welche Personengruppen versuchen, deine Meinung zu beeinflussen, in welche Richtung und zu welchem Zweck. Qui bono? Wer profitiert davon? Wer möchte aus welchen Gründen deine Meinung wie auch immer beeinflussen? Weil hoffentlich weißt du zumindest, bevor jetzt meine Zeit abläuft, dass Medien und Politiker aktiv und absichtlich versuchen, deine Meinung in bestimmte Richtungen zu lenken. Von Wbrachte